Kennst du diese Five Nights at Freddy's Secrets? Mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit kann es passieren, dass euch auf der Kamera alle Mitglieder der Band einfach anstarren. Und das sieht super creepy aus. Und das vermutlich bekannteste Secret, Golden Freddy im Büro, wie er einen angreift. Aber wusstet ihr, dass Golden Freddy euch auch angreifen kann, nachdem man eigentlich schon tot ist? Ihr habt es gerade gesehen, Bonnie hat uns gejumpscared. Und danach, wartet kurz, Game-Over-Screen ist da, Leute. Und einfach kommt danach noch ein Jumpscare. Und wenn ihr im Custom-Night-Menü die Level der Animatronics auf 1,987 stellt, Byte of 87, und kurz wartet, besucht euch Golden Freddy einfach nochmal. Jawohl! Mal! Vielen Dank.